Der Bruder sagt, darf man Koran lesen, wenn man nicht richtig gut Koran lesen kann? Ja. Darf man trotzdem Koran lesen? Ja. Wo ist der Beweis? Der Beweis ist in einer Überlieferung, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam uns, als er über die Vorzüge vom Koran gesprochen hat, gesagt hat, dass der Scha'a, dass derjenige, für den es schwer fällt, den Koran zu lesen, lahu ajran, der bekommt die doppelte Belohnung. Was heißt für den schwer, der leicht und flüssig lesen kann? Wer ist hier gemeint? Der? Der stotternd liest. Nicht gut liest. Deswegen braucht er so lange. Natürlich, es gibt einen Unterschied, wenn du, einer liest so jetzt zum Beispiel. Er liest so. Ein anderer. Ja? Der stotternd. Aber er bekommt die doppelte Belohnung, weil er sich anstrengt. Aber trotzdem soll er lernen und hören, wie man das richtig liest. Wallahu ta'ala ala wa a'lam. Bitteschön.